Deutschlandfunk, Kalenderblatt. 31. Mai 1773. Heute, vor 250 Jahren, wurde der Dichter Ludwig Tieg geboren. Ein Beitrag von Christian Linder. Uns ist der Vorzug zuteil geworden, dass wir auf dem Gipfel eines hohen Berges stehen. So lasset uns denn mit heiteren Blicken über alle Völker und Zeiten umherschweifen. Dieser jubilierende Ausruf fand sich in einem 1797 unter dem pittoresken Titel Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders erschienenen Buch, das heute als eines der Gründungsmanifeste der deutschen Romantik gilt. Zwei in der Großstadt Berlin aufgewachsene junge Leute, der am 31. Mai 1773 geborene Ludwig Tieg und sein Jugend- und Schulfreund Wilhelm Heinrich Wackenroder, erzählten darin, wie sie unterwegs in den Landschaften Süddeutschlands erstmals und wie eine Offenbarung die Natur erlebt hatten. Als der 26-jährige Tieg 1799 in Jena zu einem Kreis ungefähr gleichaltriger Autoren wie den Brüdern Friedrich und August Wilhelm Schlegel, Novalis oder Clemens Brentano stieß, hatte natürlich jeder neben den Herzensergießungen auch Tiegs kurz zuvor erschienenen Künstlerroman Franz Sternballs Wanderungen gelesen, in dem die Grenzen zwischen den Künsten für fließend erklärt worden waren. Wie? Es wäre nicht erlaubt, in Tönen zu denken und in Worten und Gedanken zu musizieren? Ach, ihr lieben Leute, das meiste in der Welt grenzt weit mehr aneinander, als ihr es meint. Die Art, wie Tieg im Jena-Kreis seine Bilder und Ideen vortrug, erweckte in Brentano den Eindruck, der größte Schauspieler, der je die Bühne nicht betrat. Als die kleine, private Bühne der als Jena-Frühromantiker bald berühmt gewordenen Gruppe zu öffentlich geworden war, verließ Tieg sie denn auch und zog nach einem Zwischenaufenthalt in Dresden aufs Land, auf ein Gut in Ziebingen in der Mark Brandenburg. Dort vernachlässigte er zwar sein eigenes Schreiben, entfaltete dafür aber umso mehr seine anderen Talente. Er übersetzte zum Beispiel Cervantes Don Quixote und vor allem die Dramen Shakespeares. Oder er sicherte als Herausgeber nach dem Selbstmord Heinrich von Kleists dessen literarischen Nachlass. Eine Nähe zu Kleist hat er schon Novalis angedeutet, als er neben dem gewöhnlich nach außen strahlenden Glanz der tiegschen Person auch ihre inneren Nachtzeiten benannte. Ein Kind voll Schwermut und voll Treue, verstoßen in ein fremdes Land. Für Novalis' Charakterisierung finden sich in Tiegs Werk manche Belege. Freilich will auch die reine Liebe sterben, damit wir fühlen, dass wir Menschen sind. Schläft nicht die wildeste Verzweiflung, die grässlichste Angst im Innern des Gefühls? Solche Überlegungen durchziehen viele von Tiegs Romanen und Erzählungen, Märchen und heute vergessenen Theaterstücken. Ein umfangreiches Werk, denn nachdem er die Provinz, das Gut in Zierbingen verlassen hatte und nach Dresden gezogen war, 1819, hatte auch sein eigenes Schreiben wieder eingesetzt. Vor allem neue Novellen flossen ihm geradezu aus der Feder, wenn sie auch nicht mehr vom früheren romantischen Fieber zeugten. Stattdessen hatte ihn eine alte, früh beschriebene Erfahrung physisch überwältigt. Liegen wir nicht am Boden gefesselt und kämpfen und ringen mit uns selbst? Schon im jungen Mann von knapp 30 waren erstmals die Symptome einer eigentlich typischen Alterskrankheit aufgetaucht, der Gicht, die Tiegs Gestalt schließlich vollends gebeugt hatte. Die Krankheit hinderte ihn allerdings nicht, noch einmal sein schauspielerisches Talent vorzuführen, natürlich nicht auf öffentlicher Bühne, sondern privat, in der Bibliothek seiner Wohnung am Altmarkt, die aufgrund des Ruhms dieser Vortrags- und Leseabende bald als der bedeutendste Salon in Deutschland galt. So berief der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Tieg als seinen privaten Vorleser zurück in seine Heimatstadt Berlin. Dort erregte er auch als Berater am königlichen Theater großes Aufsehen durch Aufführungen einiger Shakespeare-Dramen wie Ein Sommernachtstraum mit der von Felix Mendelssohn Bartholdy dafür komponierten Musik. Nach Tiegs Tod im April 1853, im Alter von knapp 80 Jahren, führte Friedrich Wilhelm IV. persönlich den langen Trauerzug zum Dreifaltigkeitsfriedhof an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017